Moin Leute, heute noch mal zu der letzten Kombi kurz vor dem Umende. Wir machen Ausfallschritte in Kombination mit Kniebeugen. Das heißt, ihr macht den Ausfallschritt nach hinten, kommt hoch und macht die Kniebeugen. Dann das andere Bein nach hinten, hoch und wieder die Kniebeugen. Das macht ihr insgesamt 30 Mal. Also fischst du rechts, links, vor Bein und 30 Kniebeugen sind dann mit drin. Eins Pause. Ganz glücklich haben wir da noch ein bisschen Kabel drin. Ihr wisst, wir haben hier unten andere Oberschenkel und wir berühren sie mit oben. Ganz locker. Wir versuchen dabei direkt hier unseren Trapezhüssen und Schultergürtel relativ locker zu halten. Dann macht ihr so zwischen 30 und 50 Stück. Je nach Leistungsliebe. Das ist quasi eure Pausenzeit. Und dann geht es wieder los. Ausfallschritt nach hinten und Kniebeugen. Und das Ganze, wieder 30 Stück und das Ganze so 5 Runden. Ihr könnt auch gerne mehr machen, aber euer Ziel soll es sein, die 5 Runden zu hocken. Dann habt ihr euch das Wochenende verdient. Sportfrei bis gleich. 8 4 Vielen Dank.